Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Reaction hier auf diesem Kanal. Heute zu dem neuen Instagram-Statement von Alex Petrovic zu Temptation Island VIP Folge 9. Also die Folge von gestern. Gestern Abend kam das Video online. Könnt ihr gerne abchecken und heute gibt es auch schon das Statement von ihm. Wir gucken uns mal an, was Alex so dazu zu sagen hat. Ich bin gespannt. Es gab ja jetzt nicht ganz so viele neue negative Momente eigentlich. Beziehungsweise gab es eigentlich keine negativen Momente weiter von ihm, sondern hauptsächlich eigentlich nur Lagerfeuer und vor allem Tommy hat es ja sehr krass erwischt. Also das müsst ihr euch auf jeden Fall anschauen. Und ja, ansonsten gibt es nicht mehr mehr dazu zu sagen, Freunde. Wir starten rein. Viel Spaß mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da und folgt mir gerne bei Instagram. Wir beginnen natürlich mit Story 1 von Sieben. Let's go. So, liebe Leute, ich habe mir gerade die neunte Folge angeschaut und es gibt ein paar Punkte anzusprechen, aber bei weitem nicht so viele wie die Wochen davor. Ich habe gerade wirklich wieder Tränen in den Augen gehabt, als ich meine Reaktion dort in der Box gesehen habe. Das war direkt nach dem Gedicht. Und da wurde mir bewusst, scheiße, wenn Christina diese Bilder sieht und vor allem wieder nur so einen Bruchteil aus diesen Bildern und vielleicht gar nicht erklärt kriegt, dass das eine Aufgabe war, dass man ein Gedicht schreiben sollte. Ähm, dass sie das natürlich mental... Oh, das ist eigentlich ein guter Punkt, ne? Also das Gedicht ist halt immer noch mit einer meiner Favorite Moments wirklich aus der gesamten Staffel und vor allem die Reaktion von den ganzen Leuten, die da saßen und das angehört haben da drauf. Aber das stimmt schon. Also wenn man jetzt nicht weiß, dass das eine Aufgabe war, dieses Gedicht zu schreiben, dann ist das eigentlich noch krasser. Dann denkt man so, okay, die Person muss ja so viel für die jeweilige andere Person empfinden, dass sie auf die Idee kommen, irgendwie einfach so ein Gedicht zu schreiben. Einfach so aus dem Nichts. Das stimmt auf jeden Fall. Wenn man sie komplett mitnimmt und sie, ähm, ja, fertig machen würde. Vor allem, ähm, weil sie halt auch unter MS leidet, Multiple Sklerose, das hatte ich in der Box auch angesprochen. Ähm, Multiple Sklerose ist die Krankheit der tausend Gesichter. Das heißt, egal was, weil da sind die Nerven in dem Körper, äh, betroffen. Es können... Ich hab schon davon gehört, von der Krankheit, aber dass das die Krankheit der tausend Gesichter ist, das hätte ich jetzt noch nie gehört. Also könnt ihr gerne mal kommentieren, ne, ob das, äh, ob man das wirklich so sagt oder ob das nicht stimmt, was er da sagt. Für mich kommt's irgendwie ein bisschen komisch rüber. Also ich hätt jetzt nicht gedacht, dass so eine... Also irgendwas mit den Nerven sagt er, ja, das ist auch noch so ungefähr das, was ich weiß dazu. Aber ob man jetzt deswegen tausend Gesichter hat, das hätt ich jetzt noch nie gehört dazu. Diverse Krankheiten, ähm, oder... Oder Folgen aus so einem Schockzustand entstehen. Und das wurde mir erst nach dem Gedicht bewusst. Und deswegen hab ich da die Produktion angefleht, unter Tränen, auf keinen Fall ihr die Bilder so zu zeigen, ohne dass ich daneben bin und sie auffangen kann und ihr das vielleicht weicher vermittelt kann, so wie der Aurelio das beschrieben hatte, dass das jetzt meine Aufgabe ist, ich muss die Verantwortung... Ja, da bin ich mal gespannt. Also meine Vermutung, dass übrigens mit der Krankheit, das war, soweit ich weiß, nicht in der Folge mit drin, also wurde rausgeschnitten für die Temptation-Folge, ne, macht auch irgendwo Sinn. Also so eine Krankheit zu leaken, sag ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob sich das schon mal irgendwie öffentlich gemacht hat oder nicht. Wenn nicht, fände ich, wäre das jetzt auch nicht unbedingt ideal, ne, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber meine Vermutung war ja, dass quasi in der nächsten Folge dann wieder der Temptation-Sound irgendwann kommt und dann werden die halt ins Wohnzimmer geholt und dann werden da die Bilder gezeigt, wenn die anderen Leute dabei sind. Das wäre so meine Vermutung gewesen. Er war ja dafür, dass das eben nicht beim Lagerfeuer gezeigt wird. Deswegen mal abwarten, da bin ich mal gespannt. Übernehmen und uns ja möglichst schonend beibringen, das war mir in dem Moment bewusst. Und deswegen habe ich die Produktion auch darum gebeten, dass die ihr diese Bilder nicht zeigen, sondern dass ich neben ihr bin beim letzten Lagerfeuer und sie möglichst gut abfangen kann, dass das kein Schockzustand für sie wird. Vanessa hat genauso gelitten wie ich, sie war auch danach. Aber ich muss auch sagen, also ich finde, das gibt dem Ganzen halt wirklich nochmal so einen ganz schlechten Beigeschmack, wenn man weiß, was das mit der Person machen kann. Also natürlich ohnehin schon, das würde ja jeden treffen. Aber gerade wenn da noch so eine Krankheit wirklich irgendwie mit im Spiel ist und das in Kombination jetzt, sage ich mal, auch ziemlich nach hinten losgehen kann, dass man das nicht vorher sich schon mal irgendwie in Erinnerung ruft, bevor man sowas macht oder, keine Ahnung, ist schon krass. Aber auch auf der anderen Seite sage ich ja auch immer dazu, natürlich es ist auch leicht, jetzt hier zu Hause zu sitzen und halt das zu sagen. Man ist nicht in der Situation, deswegen, es redet sich immer leicht, aber ob man dann selber in der Situation oder so, das weiß man halt nicht. Aber ja trotzdem, finde ich, ist schon krass. Also ein bisschen irgendwie früher hätte man schon auch drauf kommen können. Ich glaube auch bei ihm, ich bin gespannt, wie die Folgen weitergehen. Ich glaube wirklich erst in dieser Folge hat das bei ihm halt angefangen, dass er sich dann irgendwie dachte, ey, warte mal, das ist irgendwie too much. Also seitdem hat er, in der Folge hat er sich ja schon auch reflektiert und hier kommt es jetzt ja auch so rüber, also bis jetzt auf jeden Fall. Aber ja, mal gucken, was noch kommt. In der Box und war auch am Weinen. Wir haben wirklich noch zwei, drei Stunden draußen drüber gesprochen, als letztes wieder schlafen gegangen und wir waren auch wirklich eine Stunde oder so noch im Treppenhaus, saßen auf den Treppen und haben über die Situation gesprochen und ja, Reue gezeigt in dem Moment, weil es war einfach überstürzt. Auch wenn man die rosa-rote Brille aufhatte und sich Gefühle entwickelt haben, war es in der Situation nicht richtig, diese so zu staten, ohne dann direkt Einfluss auf Christina neben zu können. Und deswegen habe ich auch die Produktion darum gebeten, ihr die Bilder erst zu zeigen, wenn ich neben ihr bin, weil dann kann ich mit Christina face to face darüber sprechen und ihr das erklären und sie auffangen. So, das ist meine Pflicht, wenn ich sie schon in so ein Schlamassel führe, dass das dann möglichst schonend passiert. Und ja, als ich dann gesehen habe, dass Vanessa auch mental... Also ich muss dazu sagen, ich bin mal gespannt, wie, also angenommen, das kommt jetzt so, wie er das wollte und das kommt erst am Ende, dann bin ich ja wirklich mal gespannt, wie ihm das gelingen möchte, dass er sie da auffängt. Also jetzt in meinen Augen, schon beibringen kannst du das eigentlich niemandem. Also die Bilder, die sprechen ja für sich und sie wird ja auch nicht nur... Die werden ja nicht sagen, okay Alex, wir hatten ja hier eine Situation, jetzt kannst du das mal vorsichtig schildern, was da passiert ist. Wir zeigen das aber nicht, sondern die werden das ja natürlich trotzdem zeigen. Und ob er dann dabei ist oder nicht, weiß ich jetzt nicht, ob das so wirklich was dran verändert, ehrlich gesagt. Komplett fertig ist, habe ich natürlich wieder angeboten, bei mir zu schlafen, weil, das hat man jetzt nie gesehen, aber die Frauenbetten, das war echt alles andere als komfortabel. Auf Hochbetten und so geschlafen. Ich will ja gar nicht weiter darauf eingehen, dass... Ja, auch da, also ich würde mal behaupten, damit hat das relativ wenig zu tun. Wenn ich in der Situation wäre und an meine Freundin denke, dann ist mir das doch egal, ob jetzt irgendwelche anderen Frauen da in vielleicht weniger komfortablen Betten oder Hochbetten schlafen. Also ich meine, das ist halt nun mal so, ne. Und das ist ja jetzt auch nicht unbedingt, ohne es jetzt gesehen zu haben, aber ich denke nicht, dass das jetzt irgendwie richtig verdreckter war oder keine Ahnung so, wisst ihr, was ich meine? Also in dem Fall kann man sagen, dann juckt einen das doch nicht oder darf einen das nicht jucken und muss doch die Beziehung jetzt wichtiger sein, als dass Vanessa da irgendwie komfortabler schlafen kann. Meine Meinung. Auf jeden Fall nicht. Das wäre keine gute Umgebung für sie gewesen, dann in dieser emotionalen Verfassung dort zu übernachten. Ich habe ihr dann mein Bett geboten und eins muss man festhalten, sie hat sich nie von mir umgezogen. Nie. Jedes Mal, als sie sich umgezogen hat, war ich im Badezimmer. Und komischerweise, genau in dem Moment, wo sie sich umzieht, ist nur der Blickwinkel auf sie gerichtet und sie halt fokussiert und herangesoomt. Ja, das ist halt, also ich will ihm nicht unterstellen, dass es nicht stimmt. Aber so wie es gezeigt wurde, war ja eben, dass sie das Kleid anhatte und er meinte dann halt so mäßig, sie kann ja nicht im Kleid schlafen. Dann meinte sie, die hat ja nichts anderes und er hat ihr halt ein T-Shirt angeboten. Ob er jetzt dann, während sie sich da umgezogen hat, ins Badezimmer gegangen ist oder nicht oder im Badezimmer das T-Shirt geholt hat, das wissen wir halt nicht. Es ist halt irgendwie eine Kleinigkeit, aber ja. So, dass man gar nicht den restlichen Raum erkennt und das ist der klare Beweis, dass ich nicht zu sehen bin und dass es bewusst so gestellt wurde, damit man denkt, ich wäre im gleichen Raum und würde mir das angucken. Nein, habe ich nicht. Es gab auch eine andere Situation noch, wo sie einmal auch zu viel Alkohol getrunken hatte und ohne da jetzt allzu tief reinzugehen, selbst da habe ich zu den anderen Mädels gesagt, ey, zieht die Vanessa um. Ich möchte sie nicht umziehen. Ich möchte nicht, dass irgendwelche schlechten Bilder entstehen. Und ich bin jedes Mal auf Toilette gegangen und habe weggeschaut. Ich habe bewusst, bin ich in einen anderen Raum gegangen, damit sie sich in Ruhe umziehen kann, damit das nicht so aussieht, als würde ich daneben stehen und mir das Ganze anschauen. So. Was ist noch passiert? Genau. Spätestens jetzt müsstet ihr, liebe Zuschauer, sehen und verstehen, wie diese Show funktioniert. Und dass bewusst natürlich auch Bilder überdramatisiert dargestellt werden, damit man halt falsche Bilder erzeugt, dass der Gegenüber im Lagerfeuer was Falsches denkt oder diejenige gegenüber und dementsprechend dann emotional handelt und vielleicht selber missbaut. Das ist doch darauf angelehnt. Und das sieht man ganz klar in der Situation, wo die Thülei, das haben wir alle in der letzten Folge gesehen, den Gigi auf die Wange küsst. Und beim Lagerfeuer sieht das so aus, als würde sie ihn auf den Mund küssen. Ja, das natürlich sowieso. Also das ist ja eh klar. Egal, ob jetzt die Szene bei ihm und Vanessa, als die da geflüstert haben und das ja auch so geschnitten wurde, das ja auch natürlich bei den Zuschauern kommt das ja auch so rüber. Bei Gigi, glaube ich, hat man das schon gesehen, als Zuschauer, dass das auf die Wange war. Also wenn ich mich da richtig erinnere dran. Beim Lagerfeuer natürlich nicht. War natürlich auch bewusst so, dass auch wie die Show funktioniert. Also wie er schon sagt, das Konzept ist ja eigentlich, dass irgendjemand das ein bisschen überdramatisiert wahrnimmt und dann selber Scheiße baut. Und ja, aber ich sage ja auch immer bei vielen Situationen, auch wenn es schlimmer dargestellt wird oder nicht vollständig gezeigt wird, aber natürlich passiert ist es trotzdem. Klar, das ist halt ein Extremfall, weil man dabei jetzt nicht sieht, okay, ging der Kuss jetzt auf den Mund oder ging der Kuss auf die Wange oder wohin ging der jetzt oder was haben die da gemacht? Haben die geflüstert? Und so wie bei Alex und Vanessa, das sieht man natürlich nicht. Aber auch das, sage ich mal, entschuldigt ja jetzt nicht die ganzen anderen Situationen, die man vorher schon gesehen hat. Da wird alles getan, dass man halt ein falsches Bild vermittelt, dass es umso dramatischer ist, umso schlimmer. Vielleicht war es nur halb so schlimm. Und immer wieder erkenne ich, dass wirklich nur so ein kleiner Bruchteil von den ganzen Interviews, die über eine halbe Stunde immer gingen, herausgeschnitten wird, eine bewusste Aussage und die wird dann gezeigt, so wie es in dem Falle gerade passt. Ja, ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen soll, aber glaubt nicht alles, was ihr direkt sieht. Das, was ihr zu sehen bekommt, ihr sollt vielleicht genau das denken, was ihr zu sehen bekommt und nicht, was eigentlich passiert ist. Also, ist es schwierig für den Zuschauer, überhaupt darüber zu werten und zu urteilen, weil man bekommt nur das zu sehen, was man auch sehen soll. Ja, so viel dazu, zu der Folge. Im Endeffekt habe ich erkannt, dass ich Christina verletzt habe und habe irgendwo Reue gezeigt, weil ich definitiv mich das erste Mal in ihre Lage hinein versetzt habe, dass ich einfach mal rational über diese Ereignisse, über alle Ereignisse nachgedacht habe und vorher halt wirklich rein emotional entschieden habe und, was soll ich euch sagen, es war, wie bereits schon erwähnt, das der größte Zwiespalt in meinem Leben. Ich war noch nie in so einer großen Zwick-Situation, höre ich jetzt auch in mein Herz oder höre ich in meinen Kopf. Ist echt nicht leicht. Jetzt von außen betrachtet, hätte ich definitiv an der einen oder anderen Stelle anders gehandelt. Ja, das ist halt auch ein Ding, sage ich ja auch immer wieder, ich bin mir sicher und auch jetzt nicht nur auf Alex bezogen, sondern auf alle, Chichi, Michelle, egal wer so, im Nachhinein, wenn die das anschauen, dann ist denen auch vieles klar, ey, das hätte ich mal lieber nicht machen sollen, da hätte ich vielleicht irgendwie andere Worte finden sollen oder das hätte ich nicht erzählen sollen. In der Show, das sind halt immer zwei Paar Schuhe, da machst du dir ja vorher nicht so viel Gedanken vielleicht und dann haust du schnell mal was raus oder machst irgendwas Unüberlegtes und im Nachhinein denkst du dir dann selbst, ey, hätte ich das mal lieber nicht gemacht, ja, sage ich ja auch immer dazu in den Videos. Du bist halt voll in deiner Bubble und voll irgendwie, hast die rosa-rote Brille auf und ihr wisst doch alle, wie das ist, wenn man verknallt ist, ohne diese Bubble, dass man da eh nur rosa-rot sieht und alles sich gut redet und über Probleme wegschaut und da ist es noch umso intensiver. Das ist so mein kleiner Appell an euch und Tommy tut mir extrem leid in der Folge, extrem. Ich kann gar nicht nachvollziehen, was Sandra da getan hat. Ja, gute abschließende Worte, also wir halten fest, bei Temptation hat man quasi zwei rosa-rote Brillen auf und Tommy tut auch uns leid, also ich denke, ich spreche auch für euch, das war wirklich krass gewesen. Wer es nicht gesehen hat, checkt natürlich die ganze Temptation-Folge ab, Reaction dazu ist online und ansonsten gibt es eigentlich auch nicht mehr viel dazu zu sagen. Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Like und ein Abo da und folgt mir auch gerne bei Instagram. Namen seht ihr eingeblendet. Wenn weitere Statements online kommen, dann checken wir die natürlich auch ab und ich muss auch noch mal sagen, zum Abschluss natürlich gut, dass er sich reflektiert. Auch gut, dass die Statements nicht so weiter gingen, wie die angefangen haben. Ja, ich erinnere euch noch mal an das, wie viel Geld er verdient und so weiter. Das war halt nicht gut. So ist es auf jeden Fall schon deutlich besser und sachlicher, kann man festhalten. Ich sehe auch viele Leute beleidigen ihn extrem krass. Also er postet da immer wieder viel. Da muss man natürlich auch sagen, sowas geht natürlich überhaupt nicht. Ihr seht ja, ich äußere mich auch über gefühlt jeden oder halt ja immer situationsabhängig, ne, auch negativ über die Leute oder positiv oder wie auch immer. Aber trotzdem würde ich niemals im Leben irgendjemanden davon beleidigen oder ähnliches. Also das geht natürlich absolut zu weit. Also auch da eigentlich denke ich mal, muss ich es nicht sagen, aber lasst sowas, macht sowas nicht besser und besser für euch und er geht ja auch dagegen vor, wie man gesehen hat. Das war es wie gesagt mit dem Video. Wir sehen uns morgen wieder mit der neuen Folge von The Real Life auf jeden Fall und ja, mal gucken, was sich noch ergibt. Bis dahin, Freunde. Ciao.